In Bethlehem im Westjordanland ist am Samstag mit dem traditionellen Einschalten der Beleuchtung am Weihnachtsbaum feierlich die Weihnachtszeit eingeläutet worden. Der Weihnachtsbaum steht vor der Geburtskirche, jener Stelle an der nach christlichem Glauben Jesus geboren wurde. Hunderte Menschen wohnten der Zeremonie bei. Jedes Jahr kommen zur Weihnachtszeit tausende christliche Pilger und Besucher nach Bethlehem.